Ich bin es Lisa und es geht heute um das Vitamin B1, auch Thiamin genannt. Thiamin bzw. die B-Vitamine im Gesamten sind Antistress-Vitamine. Und ich kann in meiner täglichen Arbeit einfach feststellen, dass dieses Vitamin oft fehlt bei den Menschen. Dafür gibt es auch Gründe. Es ist sehr wichtig für unseren Nervenstoffwechsel. Das bedeutet, B1 ist an der Synthese des Neurotransmitters Acetylcholin beteiligt. Also das heißt, dieser Stoffwechsel benötigt B1, um überhaupt zu funktionieren. Aber B1 beeinflusst nicht nur den Nervenstoffwechsel, sondern auch unser Nervengewebe. Also der Erhalt unseres Nervengewebes braucht B1 bis hin zum Herzmuskel und zu normalem Körperwachstum. B1 ist maßgeblich an dieser Reizweiterleitung und Übertragung von Nervenimpulsen beteiligt und am gesamten Neurotransmitterstoffwechsel in unserem Gehirn. Und das ist wichtig für ein reibungsloses Funktionieren von unseren Nerven und unseren Muskeln. B1 ist aber auch an der Gewinnung von Kohlenhydrate beteiligt. Das bedeutet, die Natur ist so klug, dass sie in einem Reiskorn oder Weizenkorn im Keimling die B-Vitamine und B1 mitliefert. Wir machen es weg. Das bedeutet, das Vitamin, das diesen Kohlenhydratkörper verarbeitet in unserem Körper, fällt dann ganz einfach. Und wir haben heute durch die Kohlenhydrate überfrachtete Ernährung einen großen B1-Mangel. Und B1 ist auch wichtig für andere Sachen. Das heißt, bei bestimmten Aminosäuren ist B1 beteiligt. Also es steuert in großem Maße unseren Energiehaushalt. Und deshalb auch, wenn ich Fett reduzieren möchte oder wenn ich Energiemangel habe in meinem Körper, brauche ich unbedingt die B-Vitamine. Der Energiestoffwechsel gemeinsam mit dem Vitamin B1 stellt eine aktive Form her. Das TPP, das ist eine Verbindung mit Magnesium. Und das ist ein lebenswichtiges Koenzym für unsere Energieproduktion oder unser Proteinstoffwechsel, unser Kollagen, das Hauptprotein in unserem Körper. Wir haben schon darüber gesprochen oder ich habe schon darüber gesprochen, dass es Vitamin C eine Vorrangstellung hat, dass Lysin und Prolin eine Vorrangstellung hat. Aber auch B1 hat eine wichtige Funktion in der Synthese von Kollagen. Wenn ich B1-Mangel habe, vermindert sich auch automatisch die Produktion von Kollagen in meinem Körper und verschlechtert sogar die Wundheilung. Ja, und die Nerven sind unabdingbar ganz einfach mit diesem Vitamin verbunden. Das bedeutet, der Einfluss auf die Neurotransmitter Acetylcholin und Serotonin ist einfach unglaublich groß. Denn B1 befindet sich in den Zellwänden der Nervenstränge und ist daher der Übermittler der Nervenimpulse. B1 ist aber auch wichtig für die Schilddrüse und fürs Wachstum und für unsere Leistungsfähigkeit. Woran merke ich, dass ich einen B1-Mangel haben könnte? Ja, ich habe ganz klar eine gestörte Energieproduktion und auch Müdigkeit. Ich habe verzückerte Wundheilung und meine Proteinsynthese ist nicht mehr optimal. Ich kann auch Appetitverlust haben oder Verdauungsstörungen, Verstopfung, Gewichtsverlust. Meine Muskeln werden schwächer, besonders ganz auffällig in den Waden. Also, dass ich die Kraft in den Waden verliere. Allgemeine Schwäche, ich kann auch Muskelschmerzen haben. Und in meinem Immunsystem verringert sich die Produktion von Antikörpern bei Infektionen. Im Herz-Kreislauf-Bereich kann ich es merken. Ich habe Herzklopfen, ich habe Ödeme, Bisin zu Herzversagen, Herzvergrößerung. Ich kann kurzatmig sein, niedriger Blutdruck. Ja, und im Blutbereich die Anämie. Im Gehirn merke ich es darin, ich habe Lernstörung und Gedächtnisstörung. Und du kannst es manchmal auch erkennen, wenn Menschen so einen schwankenden Gang haben oder Verwirrungszustände oder häufig Kopfschmerzen oder unkontrollierte Augenbewegungen. Und bei den Nerven selber hast du so ein Gefühl von Bewegungsfähigkeit und die Reflexe in den Armen und Beinen, die verschlechtern sich. Das prüft dir zum Beispiel ein Arzt. Oder du hast sogar Schlafstörungen. Du bist reizbar, du hast Depression, du hast geistige Trägheit, du hast Streitsucht. Und vielleicht kennt ihr den Namen von früher. Da hieß es, ein B1-Mangel ist die Beri-Beri-Krankheit. Und zu diesen Symptomen zählen ganz klar Muskelschwäche, Missempfindungen, also diese Parästhesien, Ameisenlaufen, Nervenentzündungen, Herzschwäche, Wasseransammlungen im Gewebe. Wo haben wir das B1 enthalten? In Vollkornprodukte, in Kleie, in Leber, in Hefe, in Kartoffeln, Schweinefleisch und Milch. Also hast du von diesen Dingen nichts konsumiert oder in Form von Weißmehl sieht es mit B1 nicht so gut aus. Also auf den Vitamin-B1-Mangel zu achten, finde ich persönlich sehr wichtig. Und ich kann nur aus meiner präventologischen Beratungspraxis sagen, also es gibt kaum jemand, der nicht B-Vitamine sublimieren muss.